live steht schwer live videos stimmt nach mit hoffentlich das logo gewisse gott ja da gehen wir mal gucken platze so geht auch ja das eigentlich anderen chat aus voller leute ich sie ganz allein ja das vielleicht auch ein bisschen normal haut aus peicht meinten und das wunderschön werde leute vielleicht anna zu sehen anna zu sehen wälo hat mir letzte wäschleer das verstehe nicht sind aber von der flight die kucke wahnsinn aber leid die komme gucken da hat fried mich aber da fängt eine mensch kamera ja mei alexander meintegra den alexander fried mich für wat wirst du das foto gewählt was soll ich dort sowieso weil die mir am besten gewollt lach soll mein alger merci für erhelf und geduld gesteht mal auch soll mir so merci für die super artikel zu gut geklappt annaut und ich anna artikeln aber nicht vom lach soll los der java rasch maja da fängt nicht all dünn sarah salü wie geht das relax was gesiedelt ob der foto wo aus der ww stadt als dazu new york aus der zu dubai aus der zu barcelona oder aus der flight ob der grund mutt oder also zu venedig da wurde wohl wo sie mal haut an haut aus der juni 2020 juni juni da das de mond vom national feierdach da das de mond vom teddeum juni da das de mond von den examen lach soll schreift gilligan's island sarah fried astat zu lützebüsch selbstverständlich sarah dat astat zu lützebüsch und das nicht am norden das nicht am zentrum was bleibt dann noch süden oder osten 23 für was 23 mei lilia astakendo dem aintrio kagen enttipp wo sie mal haut war keine trwes dann weiß ich erst hat am wikipedia wursos national das 23 juni an drei wochen wenn man korona könnte einfach muss man als etwas überlebt also kdm seht wo das da war es nicht erst lesung das ist das naturschutzgebiet hafreemisch hafreemisch also naturschutzgebiet am drei lenneregg lützebüsch deutschland frankreich an der gemein schengen moja giselle dat und durchschaffte römmerschen wundring als schweizbein grenzt dusch der mußel am osten an denen mit wingerte bedeckten heng am westen leid an dem breden deel vom soß enke mußeldal a fiestgebiet wovon zirka 100 hektar zante dem 23. märz 1998 en a naturschutz stehn a ziert zu des schensten an ekologisch wertvollste fiestgebieta fuu lützebüsch also dat aus bei schengen am drei lenneregg lützebüsch deutschland frankreich den stuhlen die kologie naturleja piert piert das de pluriel fuu part gucken wir nur wie sie da die versetzt a part ein sentier a path literatur um späne weg ja du hast die foto schon gross panorama auf remisch was willst du mir moja michelle maja ich meine erst mal den link habe von dem artikel an den chat für die wo das dann wollen wir noch lesen ja da sind ganz viele fachtermini 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 fache wie sie reproduzela wie trufropo so this is where they relax and this is where they how do you say how do you say that make little birds yeah wunderschön ganz viel text naturleja piert ando as an also look and photo my name hallo frodo misch flight wat as dat im menschen ich gebe es raus, es geht auch drunken, wenn ich dort luche. noch einmal zu scrollen, was ist dort ein Feuchtgebiet? also ein Feuchtgebiet, das habe ich natürlich auch schon präpariert. das ist am deutschen ein Feuchtgebiet und am französischen nennt das ein sohn humide und am englischen nennt das wetlands. und das andere Wort, das war der Wingard. der Wingard, das ist der vineyard, das sind die Vignables. und die gesagt haben, am anderen Grund, ging es mal behaupten. wo passt er dann? da. ja. da. neuer Robi Wird ihnen froh Wird ihnen froh Also heutzutage mal da am Naturschutzgebiet, haff riemisch ist die platz naturschutzgebiet haff riemisch an der fronische ist wie ein gut ist die foto geschickt er hat meinung nur wie ein gut ist die foto geschickt wer hat uns das foto geschickt an den tigranee schreibt schon direkt den antwort och den alexander richter an der stelle ist dem alexander riemt froh wer nie wo ist du das foto geknippst wer nie wo ist du das foto gemach wann did you shoot this picture quand ist-ce que tu appris cette photo giselle video oder den tegra den alexander schreibt mir hat im dekonfinement schon angefangen zwei scheiße er fehlt nicht mehr nach den see zu weiß wampisch wo waren wir gestern wo waren wir gestern das war zu lülz an haut sind wir dann am naturschutzgebiet haff riemisch an foto hat den alexander gestern geknippst gestern etwa also dann in andres systeme die foto als also ganz nahi an ich hoffe an alexander das kei copyright ob der foto an alexander ist rekommenderen da dass der die fotonop ansplash tele-scharger jatsch so i recommend you to upload them to ansplash all your nice pictures about luxemburg wie die gestern photo dat so mannet gestern wie die foto fuggestern geknippst knipsen ja geknippst knipsen nee knipsen kredschust e p zara schraff vielmals merci alexander du pas ein expert fum fum let's aber terrorismus und ich mich verschwärts das ist nicht gerne geschehen vom lütze war ja tourismus ja also knipsen mit engem p äh fotografier prendre un photo to snap to take a picture a photograph an der vakanz knipsen euch gerne Landschaften äh hier können die schreiben denn alexander knipst gerne Landschaften am konfinement das könnt dann an der covid-19 glossär bon äh merci alexander schreibt lachsor dann als nächst tun ich heute den artikel über peichten weil auch das ja peichten meint peichten oder pengsten das wichtigste fest am christentum das fufzigste schnau äußterin da hier den num gefeiert geht das ist der fufzigste der fiftieth day das cinquantiam jour apri pack es geht ob dem der du erinnert nur der apostel geschicht fufzigste nur der oberstehung vom jesus sind jünger versammelt werden a sie du vom hellige geest erfüllt kaufen donc après la résurrection de jésus les apôtres ont été erfüllt envahi par le saint esprit rempli par le saint esprit so they got yes by the holy spirit erfüllt ich weiß nicht wie das der bändisch soll ihr verset so that soll hin dem mut gehen hu für evangelium an wel zu drohen so this gave them the courage to spread the message sys gil leur a donné le courage de répondre l evangelie the peist mind is good on the second feyre there and there from the feyre peist octave by behal l zählt however formell not to not me for to to say ok yeah peist minden that bedeutet auch to let's be peist dün stich also moe die is then after sprang precision on have that photo where they Wenn der paar Stunden nicht an der Schulwakanz fällt, wäre es so, dass die Schüler, die den Tag frei hätten, für können, um erst nach Sprangen zu gehen, diesen freien Tag aus dem Jahr 2019 aufgeschafft. Mit allen Schülern, die bei der Sprangenpräsession mitmachen wollen, selbst als Partizipant, Musiker oder Zuschauer, schulfrei, was den Eltern den Anseignern oder den Regen am Vierfeld hierüber informiert haben. Das ist früher, weil das freien Tag bei der Sprangenpräsession ist, wir können um die Sprangenpräsession gehen, wir halten das nicht mehr automatisch frei, wenn ein junger Mensch will Sprangen gehen, dann muss er eine Demand erreichen. Er muss den Anseignern oder den Regen informieren, am Vierfeld au préalable. Ja, und hier ist natürlich, soweit ich weiß, die ist dann nachher Sprangenpräsession für Mauer aufgesucht. Äh? Äh, für beiden Hellschön, für die Brucht. Durch, was könnte man Mauer zum Beispiel schwitzen? Sprangenpräsession. Äh, steht da noch nicht über Mauer? Ah, doch. Wah. Ist die Sprangenpräsession ausgefallen? Am Platz davon ist ein Präsenz an den Medien ein paar Stundenstücke geplant. Oh. Einmal mal gespannt. Präsenz an den Medien. Also, da ist die Geschichte über Pächten, und, äh, wird Ihnen froh? Denn Alexander schreibt, ich akzeptiere, eine Kreditkarte für meine Fotos zu genießen. Das wird dich fertig, Alexander. Du musst mehr lohnen, einen Prozess, weil ich heute die Fotos auf YouTube weise. Und dann, äh, hast du gerne für mehr Millionen Euro. Hahahaha. Waaah. Ah ja, Snaps, werde ich auch, äh, vorn tun auf der Internetseite katol.lu. Du könnt da Kerzen bestellen. Ein Kerz bei der Träsch darin. Das Aktion geht auch nur der Oktav weiter, so. Das wird nicht stoppen, das wird weitergehen. Nach dem Oktav. Eine Bougie, eine Schandelle, wie man das sagt. Ein Kerz. Bei der Träsch darin, in einem Ozefilm, bei der Konsolatrix, Konsolatrix Afflectorum. Wenn du Kängel in die Katedral kommst, wir finden eine Kerz für ihr schon. Wo finden Sie? Wir brüllen eine Bougie für Sie. Wir allumen. Eine kleine Kerz kostet 1 Euro, und eine große Kerz kostet 5 Euro. Überweist einfach den Betrag, na, 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 an meinem Familie, eine Kerz bei der Träsch darin. Gehre könnt ihr auch erdbesonnesch, Ulleias, dabei schreiben. Er Kerzen, große Erklänge, gehen ugefangen, er brennen bei der Träsch darin, Träsch darin am Läd, biert für alles, pray for us, ora pro nobis, pri porno. Ich fand das so lief. Das ist such a nice, äh, äh, wie nennt ihr den? Such a nice idea. Ein Kerz bei der Träsch darin. Voilà, wenn ihr das interessiert, wenn ihr ein besonderes Ulleias, äh, ein Ulleias, wie übersetzen wir das? Si vous avez ein Problem particulier, äh, äh, special concern, special problem, eine Doléance, eine Revendication, der Kandidat beischreue. Brilliant idea. Super idea. Äh, wer schreue? Ich würde sprechen, Präzision 2015, gemein, schreift nach Saul. Ah, seriö, warst du juste gucken, oder warst du matt gesprungen? Nehme gucken, oder matt gesprungen? Äh, dat war ein Fall, ja. Sarah schreift, äh, nous fêtions dimanche, la Pondkot, qui commämoren le don de l'Esprit-Saint fait aux Apôtres. Parmi les sept dons de l'Esprit-Saint qui procèdent du Pär et du Fils figurent l'intelligence et la science. Fantastisch. Ja, michel, das ist eine Tradition. Äh, man kann mir vielleicht mal abspringen Präzision zurück, das ist schon zwanzig ob ne, ich wollte das bisschen schon re-Karte re-Rim, weil dafür wir aber schließlich auch verkaufen und dafür schaffen ich auch noch nicht mal ein Buch. Und dann habe ich noch ab RTL.lu einen Artikel gefunden, ganz schlimm, das war für rund zwanzig Jahre, 20 years ago, ja, 20 ans, ein Geiselnam a crèche zu Wasser beulich. Ein Geiselnam. Pris d'Otage. Geiselnam. Hostage taking. Ja. Was war das ganz kurz, ganz kurz ein Artikel, da könnt ich clip aber vielleicht gucken. Ich habe gesprungen, ich sehe gesprungen, es ist ein Movement, es ist ein Movement. Ja, das war für 20 Jahre, also 2000, ich kann mich genau erinnern. Für genau 20 Jahre war zu Wasser beulich ein Geiselnam an enger Krèche. Das ist ein Gebäu Krèche, Position Féminin dans ein Krèche, an enger Krèche. 28 Stunden hat gedauert, bis alt kann an Personal näs frei waren. 28 Stunden. Den ganzen Dach. Es war eben der spektakulärste und dramatischste Kriminalfeld zu Lützebüch. Der Niji Bejaoui hat ein indres systeme kann an Azea Azea ist ein Edukateur. An enger Krèche als Geisel geholt. Hain hát geholt. Hat auch kind so hát geholt. Das ist plus parfait. Das Verb hát geholt. Hát 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 prie. 28 Stunden hat gedauert, bis Polis den Täter durch Schuss immobilisiert hat. Der Geiselnehmer Krudoment 22 Uhr Präsong durfuhr feier ob sursi. Hát gemengt, okeim nach mei, mei, da das alles. That's it, that's all. ein ganz traurig Geschichte an was dir vielleicht wei Polis den Täter immobilisiert hat. Má dêng m chóss, oke, mi vei genéhez dát paséat. Do wé e spezialen Trick. E gánz spezialen Trick. Ja. An es hat e Schüla für mich spät, für ein Senior oder so, 2010, 2015 es weisen nimi, den hütt den Niji Bejaoui kannt. Weil den Niji Bejaoui hütt 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 an kaffee hütt trinken gá. Ah, ja. De sante kulturelle gá, hütt gefeierlis. So, dann heia's och exzellenten Artikel. Virusiverdrohung ivertloft, transmission du virus parlaire, maskenhülle för mig wie uggangs gedöscht. Dat as en sensationell nouvel. Du wierish vumselve nie drob kommen. That never crossed my mind. Jamais de la vie j'aurais pensé a sa que les masks pourraient aider plus que on avait espéré. Ja. Testen nouverfoljungen à masken virent hapt facturen för tausprädung vom virus zu verhenneren. Nouverfoljungen se le retracement för tausprädung de spreading för empächer la ausprädung ausprädung för empächer la propagation l'extension du virus. An en en beitrag de Wissenschaftler am Science Magazine publizet tun que den asicht vetverbreedung vom virus kan en abonne gin. How they can break comment es kan kassa cette chaîne de transmission. De SARS koff 2 got 3 we overdrohen zijn geringen del i wat schmier infektionen aber ook i vordripsen an die sogenannten aerosolen die milag an der luft kunnen schweven. De Wissenschaftler aus Noa Zand Taiwan weisen dat masken drohen 12 von infektiese virus partikeln an der luft reduciert an so auch de risiko van iver drohen de scientifique is on prouvé que metra maske ça réduit de partikel de virus. Zuvul chirurgisch maske wie och selva gemachen en hättene in effe chirurgisch maske men och selva gemachen en zuk vizep vomen dist vi och engfunden en erklärung wie asiatische staten de coronavirus misé en kontrol kretuvi an allen av et gross aus bruschkauf a bayer parce que dans les autres pays on met les maskes depuis longtemps surtout asiatiques donc il n'y a pas eu des effets aussi néfastes que chez nous so yes in other countries they already were wearing masks so the effects weren't that bad in those countries compared to our countries up this bilt got gewisse what that were by the party and mask and them an iver drog am best to cover not give voilà also den den mask minimum exposure den keng mask maximum exposure alexandre what frengere von di kassion hat here not reason me volt here sue i can't remember stefan moyen haut version en bush only en mask und so maximum exposure me de geisel nema seh den so he volt motta press schwätzen he wanted to talk to the media das e kameramann kom von rtl an den hat gefilmt an an der kamera war der revolver inside the camera was the gun all inter de la kamera jahwe le revolver dat war kein richter kameramann dat war polizist an den huet dem ben juh an de cap geschoss tiré dans la tête allen hast nicht gestorben il pas décédé äh sté schreif den artikel als witz maskulain et war evident mir brauche kein artikel mege hier mei et das phénomeneal dass ma dat den eissten juni geworgen den eissten juni 6 meint 6 meint do no do vire schnieder abkomm that never crossed my mind serio eilig and stefan schreibt dritte juli 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 parisien zu wasser bellisch wenn ihr französisch könnt schon ersten artikel in dem video chat gepost ob wikipedia steht nächst also man es nicht bei wasser bellisch so dir lef leid und da kommen wir schon bei den letzten del für die kur von haut und zwar grud ich hab es geschickt vom marilyn marilyn hört leider kei zoom und soweit ich weiß hat es auch nicht am video chat auch nicht mal den pseudonym me hat guckt aber immer fleißig she's always watching und dafür hört es zwei eklige artikel geschickt und ich soll dich dann am video chat verbessern meinst ich denn Alexander schreibt Stefan ich rufe den polis direkt um für dich um zu schmieren dass du ohne maske am büsch alläng wärst weit für ein skandal ja Stefan pass up den alexandra der das kreiber have so ja die lef leid dann verbessere mal was marilyn als er geschickt hat also für mal zu fangen manch bist ziemlich gross moyer jero marie lee je le n tombe à jérôme creed d'un accent a viser a viser a dos déjà c'est ça doit être une invention des français incroyable jero schreiber kling text fombe kant let's boy kundia fab sere van a schliff also schreiben klangentext für bekannt lytzebäuer das ist pluriel können dir diesen text sind am fung 2 könnt ihr diesen text verbessern von schliff geht neuerdings an engem word geschrieben de pila reform november 2019 c'est un seulement it's in one one and 2 schreif tata i wat den tommy schlösser kennt ihr den tommy schlösser kennt ihr den tommy schlösser den tommy schlösser as der 16. august 16. august 16. august zuletzt wo ich gebore jenn 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 beschoit an not and an hot a mädchen hier wunden hier wohnt zu berlin mat mat es alma mat dativ hello weggen mit sing afra singen mädchen mädchen ist sehr schlecht ja das wirklich nicht einfach den dativ mehm hat als mama dativ den tommy aus schauspieler am super jump returns in version as hier journalist von rtl es wird spiel jeudemot a shaft man felisi fleck a shaft man zwenef mom les pränoms féminin sonnit mom felisi fleck doch frau vom schaukel desirée o desirée nosbos spielt felisi fleck der bruder wo steht bruder ihr wohnt mit seiner frau als enge mädchen zu berlin hier wohnt mit seiner frau als enge mädchen zu berlin ja ich wollte nicht alles verbessern das ist besser stilistisch ist besser ja desirée spielt felisi fleck denn tommy spielt auch a liebes filmer für den ztf oh den ztf das zweites deutsches fernsehen du sie haben schon einmal gett von millionen leid geguckt so watch by millions ando spielt in a liebes filmer weshalb der das liebes filmer chacun fait 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 ce qui lui plaît 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 c'est du film d'amour du film romantique du film erotique ou romantique schon noch nicht geguckt merci für das klang präsentation von tommy schlesser marilyn und dann als nächstes ach ich ging auch den artikel für daraus setzen ich weiß dass das bisschen komisch mit zwei hunden so klangen trick immer den artikel daraus zu setzen dann tommy schlesser und dann de luckschilds de luckschilds de luckschilds als der 16. december geboren 1980 das ist ein bisschen mehr alt formidabel 2 le n qui tombe 16 le n qui resta kurs du d ganz gut hier das le zache bäuer le zäbäuer marilyn jena sucht schauspieler hier spielt hier spielt ah viel mal ging ich so an auch wie seht ihr denn das hier spielt auch viel mal an auch theater hier spielt auch viel mal an auch am theater hier spielt auch viel mal an auch am theater hier spielt hier spielt auch theater vielleicht so hier spielt auch theater hier spielt auch theater vielleicht so hier nass de capitani der polizist an der letzte bäuer serie capitani serie capitani als e krimi hin als eisen inspektor colombo desi rinospu spielt auch am kapitani dann haben wir mattspielen partizipo sie kollabor sie machen wir punkt sie als pony face pony face pony face oder wie sie als pony face text chefin vom kapitan deluxe fields spielt auch deluxe fields spielt auch oder film ein neidseit mat als das film ein neidseit oder als das eine serie hin als jules tern oder ternes hau kuchen tipptopp inverser de co um ninawa op youtube hau kuchen ich live um in ninawa op youtube nix wo ninawa und treuft tern für mame 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 sengfra mame mame fiel ich fleck oder mame fiel ich fleck mame fiel ich fleck ja wir passen das richtig spiel film und auch theaterstücke das geht doch spielt auch film an theaterstücke mit das film an theater du wirst nicht richtig wie Marilyn du bist ein der andere tipptopp vielmals merci das ist nicht alles falsch was ich verbessert tun da waren auch stilistische Sachen mame kumulai das ist alles richtig das ist mir schlimmer fehler mit sängerfrau sengemädchen ja mit tipptopp dann gucken ich mal das auch nach am lod und wird vielleicht ich von er schreift merci marilyn du bist immer willkommen du kannst gerne mit einem naturschutzgebiet kommen für letzte beurte zu wollte ich wissen an wikipedia wollte ich etwas noch gucken ich weiß schon du nimmst mir von denen zwei also aha da luke schädelst an den tommy schlösser lu tommy schlösser für dich tommy schlösser ah oh guck mal da das den tommy schlösser an 2013 goff hier von der leser von der zeitung l'essentiel zum schönsten lützebäuer gewählt das kann nicht sein anders ha 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 boah sind filmografie super james returns oh ich spiel beim traumschiff mit marokko super und dann hat er das der luke schils luke schils schils äh richtig oh du hast kein foto wie war das dann doch kein foto lauter bestseller guck da dann mal hin und hier kommt auch nach äh 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 du hast dann englzeit das ist ein spielfilm ja das ist äh 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 sind immer noch beim troublemaker hahaha spontan konkurrenz schriftcht nicht ja sondern Luke Schilds, um Festival zu Cannes. Luke, ein Petit Tour, und dann geht's. Oh, ich glaube, eine Bourse, du Filmfonds. Aber ja, ich will auch auf Cannes mit einem Videochat. Ich will alle auf Cannes. Es ist wichtig, dass die Akteur sein, ja, hi, hi, Zinesh. Le théâtre fait partie de moi, super. So, an hi, Homo Deluxe. Parti pour mieux revenir, oh, Michelin. Homo Deluxe, Homo Deluxe, Das ist eine Tradition. Planter le drapeau luxembourgeois sur Lilo, face au Pavillon National. Ah, das ist ein Schadeau. Excellent, Luc. Es ist ein Projet für l'Avenir. Und es gibt noch mehr. Okay, sorry, ich muss es lachen. Ja. Dann Alexandre schreibt Hier spielt auch an der Serie Zimmer zu verlohnen, Matt. Mengenisch. Lachsoll schreibt Michelle kann auch ganz gut schreiben. Ma, Michelle. Schöne ganz einen Artikel. Lachsoll schreibt Man of the Year Der Luc als der letzte Boyer James Bond. Okay. Ganz flottes Schauspieler, Akteur. Stefan schreibt Ich inviteren nicht. Ich sind doch an ein Grausgewuss. Nee, nicht Grausgewuss. Ich sind doch an ein Grauskin. Ich sind doch an ein Obgewuss. Obgewuss. Ja. Wie ein Pflanz. Michael schreibt Merci, Lachsoll. Ich beiße mich doch durch. Oh, schönen Ausdruck. Stefan. Bei meinen Älteren. Zu kann. Und du hast du gefunden. Ah, hey. Let's buy just besser. Okay. Michelle schreibt Inas viel zu viel weiß. Sarah. Du brauchst Kooptation für die Fonds von den Filmen. Stefan. Ich wollte Nicht groß gewusst. Ich wollte Pavia vom Lütze wo ich ein Kino besiegt. Und das ist ja. Ich habe doch ein Burs. Ja. Wen aus nicht schon gerne Star. A Star an der Bar. Mit Millionen Leute bezüllen. Interviewen. Bla 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 Bon. Hört ihr den vor? Oh, das schon zehn vier zehn vier zehn zu Monde Lieu. Ma ja, dat war mein Programm für heute. Also merci Marilene. Ich weiß, das nicht einfach. Ich finde, in andere Leute verbessert zu gehen. Ich mache mich auch nicht lustig. Mein einzig Sinn ist viel dabei. Sorry. Da muss ich bisschen lachen. Aber du hast das ganz gut gemacht. Vielen moils merci. Und ich gucke noch bisschen nach flashe flotten artikel vorne. Ah, ja, Corona, Corona. Ein Mann immer Corona. was willst machen? Artikel, nicht auch flott fand. Den ist Weltpress gegangen. So musst ihn da. Sie geht rein. Schee relax, kein stress. Und die nennen den Donald Trump muss an den Bunker. Also ab Worte Punkt der Lu ist das meist immer auf Deutsch. Queen reitet auch mit 94 Jahren noch. Danke Queen Sie reiht auch nach Mad feier 90 johr. Kei Stress, relax, relax, Max. Was du da mal dann anscheinend zu schreiben? Oh, du wunsch gerade ein super Idee. Das darfst du bananen schoss nicht fehlen. Ha? Bananen schoss. Er reiht mott mott der Queen hand num perde. Ah, let's groove tonight. Do you remember in September? Was da da litte schon mei? Ha? Boogie wanna dance? Boogie wanna dance? Bon, voilà. Sorry. Loh kommt schnau an de prison. Dat war meenungsfrei. So, wat schrave dan achai? Da das kompliziert für de pavion zu arrichen ohne karten. Ah, so. Ich hat bei einem Freund geschaffen, die für Security schafft, für die Sicherheits schrave Stefan. Sich dach durch beißen, sich zurückhellen, nee, nee, beißen, mordere, an dach durch attraver, dunkel, to bite through. Du musst dich durch kämpfen, wie in en dschungel, kämpfen, fight through it. Lassol, sie ist fantastisch, feiern unsere Schuhe an, sie geht immer nach Reiden. Ah, da kann ich auch die heute Foto weisen. Äh, wie geht das schon mehr? So, und da muss ich die do wasch machen. Ja. Das ist gestern, war Sparminger Großtater auf Besuch zu Schöfling. Und äh, mein Großtater guckt auch heuernd da die Videochat. Und sie wünscht euch ein schöner Peist meint euch. Und sie hofft, dass er nicht abhält, mit Letze bei euch zu lehren. Das ist mein Großtater. That's my Grand Aunt. Und das ist mein Schutz Vizier. Die Giselle mag ihn hört. Merci Giselle. Und hier muss man natürlich auch der Bananen Joe. Der Bananen Joe ist öppend das zack er kann auch mal tanzen. Voilà, also schöne Bojo und ihr alle von Minger grüßt hat. Als schon die Foto auf ihrer Facebook Seite gepostet, hat schon über 260 Leute ein Like gemacht. Super. Ich kann beim Photoshop machen. Bananen die reit auch. Und Stefan ihn als immer nach zu kann. Obwohl ich viele Leute kann in Kürbisch refusieren. Stefan, ich verstehe das nicht. Du hast mich auch mal mit dem Fendel drinnen geholt. Sarah, ja, kein Stress als an gesund lang leben. So möchte das nicht. Super, das tritt hast du mit dir richtig. Mit mir ein Dativ. Ich war gest dabei hier auf Besuch. Die erste Kör. Mit Social Distancing. Und sie müssen abpassen. Dass dir das mega super schreibt nach soll. Schöne Foto schreibt Giselle. Foto als weiblich. Schöne Foto. Voilà. Ein kleine Überraschung für ihr. Mein Größter hat er 1929 geboren. Das ist 91 Jahre. Also sie ist noch viel mehr jung für die Queen. Sie ist viel jünger als die Queen. Sie ist viel jünger als die Reine. Aber ja, Leute, das ist schon noch 10 Uhr. Dann so ein jünger viel muts merci für eure Aufmerksamkeit und für eure Zeit. Ich hoffe, es tut ihr ein bisschen gefallen. Und du hat etwas beigeleert an von der Welt. Da geben wir ein nächstes Rendezvous für morgen. Hei um 9 Uhr. Wann es Zeit ist hier der Videochat. Mom Jero Luling. Waaay. Bo. Also wo ist dann mein megacool Logo? Da. Ja. Und dann auch nach Hei was soll da sind den Text Scroller Zack. Mom äh Banane Joss. Äh. Ich meine noch den einen und den Banane Jupp und den Banane Joss. Den meinen ich mal auch ihn . Also ich mir auch mal beim Astrid zu heben. Und den du den Sätzen schreibe. den Eck vom Dösch. So. Das ist unsere Position hier. Merci. Kein Geschehen. Äh. Alexander, da hast du kein Wiesel, da hast du ein Wiesel Platz von der Maske? Nein. Maske plus Wiesel. Aber äh. Ich hatte keine Lust mit Maske und so. Aber mein Tater hatte eine Maske und dafür habe ich gedacht, okay, an zwei Meter Distanz. Ich hoffe, dass das nicht geschieht. Ja, Merci auch. Bis moi dann, die Life Leute, nach äh, besser Musik. Äh, gerne geschehen. Und vergesse nicht, hoffentlich mehr als den sten. Ja. Salut! Also, wie geht das schon mehr? Tone aus? oder? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.